hey freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt ich habe nur kurz eine info für euch weil jeder kennt es ein kumpel jemand von dem man schon lange nichts mehr gehört hat schreibt auf einmal jemanden an ja meistens nicht wegen irgendwie freundschaft noch mal aufzubauen sondern weil er etwas von einem will in meinem fall hat er gerade mit dem stream angefangen und ist zufällig auf mich gestoßen und hat gesehen den kenne ich doch der hat viel mehr leute als ich vielleicht tut er mir auch ein gefallen und tut meine seite irgendwie verlinken du lässt mir ein weiter oder sowas in der art ansicht kein thema ich helfe gerne auch an euch jetzt wenn ihr zu stream angefangen habt hilfe braucht ich helfe gerne ich lasse euch weiter ich schaue mir eure seite an sagt gerne was sie da vielleicht verbessern könnt nämlich da kommen wir zum knackpunkt er wollte hat hilfe und ich habe ihn als hilfe angeboten und ich muss jetzt mal zeigen ich zeige jetzt gleich wo der knackpunkt drin ist ist ja kein thema ich biete auch gerne hilfe an dann gehe ich so in sein konto rein schauen wir das an und im endeffekt hat es also das ist jetzt meins so sollte es auch ungefähr dann bei euch aussehen kann ein bisschen variieren aber das hat eine kleine über mich da steht was er hat alles macht den link zu youtube abonnieren dass man halt für 2,50 pro monat switch und weiter die regeln hardware den spende button discord also so sollte es halt ungefähr aussehen ungefähr und bei ihm war halt das einzige es stand halt nix da wirklich keine info sondern nur der donation button nur der war da und da stand auch da ihr könnt ihr geld geben da habe ich zu ihm erst mal gefragt ob überhaupt spaß am stream hat ja schon hat nicht zu den anschein habe ich gesagt der einzige button der bei dir ist ist der donation und das geile ist denke ich drauf auf der donation oder komme ich nicht mal auf das zum spenden hin und der link funktioniert ja nicht mal also sagt ich kann nicht gern unterstützen habe ich gesagt aber ich habe eine hammer community das muss man sagen und wenn ich ihnen deine seite vorschlag wurde nation button ist da werden die wir auch sagen alter was ist denn mit dem und das geht halt auf mich zurück und das kann ich halt nicht machen weil ich noch versucht zu erklären wenn er hier ein bisschen was aufräumt über mich und so weiter da das aktiviert dass man auch seine videos dann sehen kann dann habe ich gesagt dann kann ich dich gerne unterstützen dann helfe ich dir auch ist kein thema auch an alle da draußen das gleiche ich helfe euch auch gerne wirklich ein thema ich bin keiner von den streamern die sagt wenn ich ihn weiter lasse dann gehen die zuschauer von mir auf ihn rüber nein ist nicht unterstütze ich ja gegenseitig also okay kein thema wenn wir kurz dabei sind weil mich eben paar gefragt haben wie man da abonnieren kann als beim kunde müsst ihr euch jetzt nicht angesprochen fühlen ich zeige es nur kurz wenn ihr auf abonnieren geht dann erhalte mit beim gaming ein kostenloses monats abo hier wenn ihr da registriert seid dann könnt ihr da umsonst dann ein abo geben ok unten ist dann so ein feld wo man umsonst ein abo geben kann also auf abonnieren da unten ist dann das feld da könnt ihr umsonst als beim kunde ein abo geben ok weil schon manche gefragt haben jetzt so sollte es ungefähr aussehen wenn jetzt frisch am stream seit und irgendwelche weil er auch wollte dass ich ihn ähm wie soll ich sagen ein partner dass ich partner für ihn gewinne das gibt es auch nicht ihr müsst euch selber drum kümmern am besten ist der anfang mit amazon partner net das könnt ihr einfach partner net.amazon eingeben und dann könnt ihr hier links generieren affinitäts links sind halt solche die ihr halt in euren stream einbaut zum beispiel meine hardware basiert auf das auf meins und dann gehen leute drauf und wenn sie dann halt da was bestellen da bekommt ihr eine kleine provision davon das kostet den leuten nichts okay und dann könnt ihr euch einfach ganz normal anmelden das ist eigentlich ein guter anfang oder bei instant gaming wegen spiele keys da könnt ihr euch auch ganz normal dann anmelden ich glaube bei support war es müsst ihr mal schauen wo es da war da könnt ihr euch auch normal anmelden und dann könnt ihr auch links generieren dafür bei amazon komme ich kurz zurück bei partner net da sieht das dann wie folgt aus das ist jetzt meine maus die große maus wenn ihr euch bei partner net angemeldet habt dann bekommt ihr hier so ein amazon partner net sidestripe ok so sieht das aus wenn ihr dann ein produkt eingibt wie hier diese maus geht ihr auf link erstellen text da generiert euch ein link das ist dieser partner link also dieser affinitäts link dann wo ihr halt eine kleine provision bekommt so sieht das dann aus damit man sich sagt vorstellen kann das wollte ich nur kurz dazu sagen wie gesagt wenn ihr hilfe braucht ich helfe euch gerne ich unterstütze euch auch gerne das ist echt kein thema aber man soll es halt nicht als selbstverständlich sehen man sollte schon ein bisschen was haben eine info eine kleinere donation button alleine reicht halt nicht nicht das wirkt hat nur in anschau wie ja okay dann geht es wahrscheinlich nicht um spaß mir geht es um spaß klar ich will auch ein bisschen was verdienen ich hoffe zu ja aber es sollte halt ein gesundes miteinander sein ok gut das wollte ich nur dazu sagen ein bisschen was ist das 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 ist das